So Leute, Bitcoin hat eine richtig schöne Rallye nach oben und im heutigen Video werden wir uns darüber unterhalten, warum wir diese zwei richtig schönen grünen Kerzen nach oben gehabt haben. Wir sprechen darüber, was ich als nächstes für den Markt erwarte. Ein paar ziemlich interessante Sachen, die im Hintergrund passieren. Wir sind nämlich noch nicht komplett über den Berg, aber ich werde euch natürlich ganz genau darüber informieren, was ihr wissen müsst. Deshalb bleibt auf jeden Fall vom Anfang bis zum Ende dran. Und damit willkommen zurück meine Freunde, mein Name ist David und ich bringe euch jeden Tag Krypto-Videos und zeige euch, wie man die Geld machen kann. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, dann abonniert den Kanal und vor allem aktiviert auch die Glocke und dann lasst uns auch direkt mal loslegen. Auf dem 4-Stunden-Shirt kann man jetzt auf jeden Fall sehen, dass sobald wir es geschafft haben, die orange Box nach oben zu durchqueren, haben wir einfach eine massive oder zwei richtig große grüne 4-Stunden-Kerzen. Bis zum nächsten Widerstand, also der nächste ganz große Widerstand, ist die orange Box hier oben gewesen, die bei 63.000 Dollar liegt. Wenn ihr wissen möchtet, warum wir diesen Pump gesehen haben und warum es so wichtig gewesen ist, durch diese orange Box hier zu durchbrechen, ich habe über ein paar Short-Positionen gesprochen oder nicht über ein paar, aber eine ganze Menge Shorts, die liquidiert werden würden. Wenn wir es schaffen, die orange Box zu durchqueren, das würde dann zu einem richtig schönen Pump nach oben führen. Die Shorts sind liquidiert worden, wir haben den Short-Squeeze gesehen und ich habe euch das gestern auf jeden Fall in meinem Video erklärt, etwas genauer. Deshalb, ich würde sagen, falls ihr das Video anschaut, dann könnt ihr sehen oder vielleicht kann ich da, ne, aber ich kann euch das einfach zeigen. Ich spiele einfach den Clip ab und dann wisst ihr ganz genau, wovon ich geredet habe. Da werde ich nämlich nochmal ganz genau erklären, warum wir diesen Short-Squeeze gesehen haben, weil wir einfach eine ganze Menge Shorts gehabt haben, die liquidiert worden sind. Und zwar genau bei diesem Punkt, also gebt mir eine Minute und ich zeige euch das einfach noch einmal. Zwischen 57.700 bis ungefähr 58.000 Dollar, da gibt es wirklich eine Menge Shorts, die möglicherweise liquidiert werden würden, wenn es uns schaffen sollte, da durchzubrechen. Das ist also ein extrem starker Widerstand, das wissen wir bereits. Aber nochmal, wenn wir es schaffen sollten, da durchzubrechen, dann erwarte ich tatsächlich, dass wir einen relativ schnellen Anstieg bis auf 63.000 Dollar haben könnten. Das ist also das, was wir gesehen haben. Wir haben diese Bewegung bis zu 63.000 Dollar bis zur Orangenen Box gesehen und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wo werden wir hingehen? Weil wir haben es geschafft, hier durchzubrechen, was schon mal absolut fantastisch ist. Wir sehen Konsolidierung. Wir haben also, nachdem wir eine gewisse Rejection von diesem Punkt gehabt haben, sehen wir eine Konsolidierung. Und normalerweise ist das ein bullisches Zeichen. Es gibt ja allerdings ein paar Sachen noch, die wir achten müssen. Das erste ist nämlich, auf dem Tageschart haben wir diese nach unten gerichtete Trendlinie, über die wir uns wirklich ziemlich lange unterhalten haben. Die ist, lasst mich mal kurz auf den Daily Chart gehen. Wir befinden uns gerade exakt auf dieser Trendlinie. Wir haben versucht durchzubrechen. Das ist uns bei der gestrigen Kerze nicht gelungen. Aber, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil man eben sehen kann, nachdem wir das hier verloren haben, sind wir extrem nach unten gegangen. Und vor allem auch, wenn wir es schaffen, erst einmal da drüber zu brechen, ist das typischerweise ein Bruch des nach unten gerichteten Trends, was auch eine schöne Sache ist. Außerdem, wenn wir uns einmal die Moving Averages anschauen, kann man sehen, wir befinden uns wirklich exakt hier vor diesem Todeskreuz, was schon ziemlich bald stattfinden sollte. Also, jeder, der aufgrund dieses Todeskreuzes verkauft haben sollte oder verkaufen möchte, da haben wir uns gestern drüber unterhalten, dass ich persönlich nicht glaube, dass das etwas ist, weshalb man sich Sorgen machen sollte. Weil, wenn man sich die Daten anschaut, dann kann man sehen, dass die Performance nach einem Deathcross eigentlich immer ziemlich gut ist. Obwohl es natürlich immer mal wieder, ja, Leute gibt, die versuchen, euch Angst zu machen. Aber ich schweife schon wieder ab. Wir wollten uns über die Moving Averages unterhalten. Wir haben den 200er, wir haben den 50er Moving Average und diese beiden Moving Averages werden natürlich auf dem Weg nach oben als Widerstand fungieren. Wir haben das einmal bei 62.000 Dollar, im Wesentlichen, wo wir gerade sind, und dann noch einmal die orangene Box bei 63.000 Dollar. Das sind die beiden ganz wichtigen Widerstände, wo wir jetzt short-term durchbrechen müssen, um den bullischen Trend nach oben weiter fortsetzen zu können. Und ganz allgemein, glaube ich, Bitcoin sieht ziemlich gut aus und ich glaube, dass Bitcoin, oder sagen wir so, dass sich Bitcoin in der Zukunft ziemlich gut entwickeln wird. Auch auf dem 2-Tages-Chart kann man sehen, wir befinden uns momentan direkt in der Mitte von diesen Pattern. Und erinnert ihr euch noch, als wir damals zu 67.500 Dollar gegangen sind, also hier beim Top dieser Konsolidierungstrendlinie, da haben wir eine Rejection gesehen. Das bedeutet, ihr solltet auf jeden Fall dieses Level im Auge behalten. Wenn wir noch einmal zu 67.000 Dollar gehen, könnten wir definitiv eine Reaktion erwarten, sollten wir weitere Konsolidierungen sehen. Ich denke allerdings ganz allgemein, dass wir bullische Preisbewegung für Bitcoin gegen Ende des Jahres sehen sollten. Das ist zumindest das, was ich glaube. Lasst uns mal abwarten, ob das der Fall sein wird oder nicht. Und bei den traditionellen Märkten auch ganz, ganz schöne Entwicklungen hier. Wenn wir uns jetzt einfach mal den Wochen-Chart anschauen, schaut euch einfach mal diese Kerze an. Wenn wir diese Wochenkerze so schließen sollten, dann könnten wir sie über dieser ganz wichtigen Trendlinie hier schließen, über diese Orangenlinie bei 5.332. Das wäre ganz, ganz wichtig, wenn wir es schaffen, über diesen Punkt zu schließen. Das wäre ein ganz klares Signal. Weil schaut euch mal an, das ist eine ganz klare Trendlinie, wo wir mehrfach abgeprallt sind. Hier haben wir Probleme gehabt. Und sobald wir es geschafft haben, dort durchzubrechen, haben wir einen massiven Pump nach oben gehabt. Also ganz, ganz wichtig, das Ganze im Auge zu behalten. So, dann würde ich sagen, eine Sache, die die Märkte befeuert haben, die denen geholfen haben, das sind Daten, die gestern veröffentlicht worden sind. Und zwar waren das Arbeitsmarktdaten. Die Erstanträge auf Arbeitslosunterstützung, die sind stärker gefallen, als eigentlich erwartet gewesen sind. Die Märkte sind also aufgrund dieser Tatsache extrem krass nach oben gegangen. Und ich schätze, das Wichtige, was man daraus ziehen kann, ist, die Daten, die kommen jede Woche raus. Und selbst Daten, die normalerweise gar nicht mal so signifikant sind für die Märkte, einfach nur, weil es so viel Angst, so viel Emotion am Markt gibt, selbst diese Daten haben einfach einen riesigen Einfluss auf die Märkte gehabt. Tatsächlich ist es sogar so gewesen, dass hier 2,3% nach oben gegangen sind. Das ist die beste Tagsperformance seit November 2022 für den S&P 500. Lasst uns das also auf jeden Fall weiter im Auge behalten. Und was wir auch im Auge behalten müssen, das ist der US-Dollar im Vergleich zum japanischen Yen. Natürlich möchten wir, dass der US-Dollar im Vergleich zum Yen stärker wird, weil wir natürlich immer noch die Probleme von diesem Yen-Carry-Trade haben, wo man sich im Wesentlichen von den japanischen Banken fast kostenlos Geld leiht. Und das wandelt man dann in US-Dollar um und investiert das in Aktienmärkte in den Vereinigten Staaten. Das ist der Carry-Trade. Wenn also der japanische Yen im Vergleich zum US-Dollar stärker wird, dann bedeutet das, dass die Menschen ihre Assets verkaufen und dann ihre Yen an die japanische Zentralbank zurückgeben müssen, was wieder eine große Spirale auslösen kann und komplett außer Kontrolle geraten kann. Jetzt ist natürlich auch eine Frage, wie groß ist überhaupt dieser japanische Yen-Carry-Trade? Es gibt da eine Geschätzung. Die Deutsche Bank zum Beispiel sagt, dass es sich um satte 20 Billionen Dollar handeln könnte, was 505% des japanischen BIPs sind. Es gibt allerdings auch noch andere Schätzungen, wie zum Beispiel 3,5 Billionen. Aber so oder so, es handeln sich auf jeden Fall um gewaltige Summen an Geld und man will auf gar keinen Fall, dass diese ganzen Assets auf dem Markt verkauft werden müssen. Wir behalten also alle diese Sachen im Auge. Ich werde euch natürlich wie immer auf dem Laufenden halten. Meine Trades laufen den Umständen entsprechend ziemlich gut. Es ist etwas unglücklich mit einigen meiner Trades, aber meine Trading-Strategie 50% nach oben stiegen, die ich erst vor kurzem geöffnet hatte. Und mein früherer Bot, die bei 68.000 Dollar wieder mit den Traden anfangen werden, lasse ich mal kurz schauen. So, der ist bei minus 30.000 Dollar. Aber auch hier bin ich mir relativ sicher, dass wir zu irgendeinem Zeitpunkt wieder in einem Gewinn sein werden. Also auch das ist absolut in Ordnung für mich. Der, den ich allerdings vor kurzem geöffnet habe, der ist 50% im Gewinn. Also absolut fantastisch. Und natürlich, wenn ihr diese Trading-Strategien selber benutzen möchtet, könnt ihr das ganz einfach machen. Erst schaut ihr euch mein Trading-Tutorial oben in der Videobeschreibung an. Aber wenn ihr die einfach benutzen möchtet, dann meldet euch erst bei OKX an. Da könnt ihr bis zu 60.000 Dollar Trading-Boni bekommen. Und dann mit diesem Link hier könnt ihr den Bot mit gerade mal einem Klick einrichten. Falls ihr OKX nicht benutzen könnt, könnt ihr BitGuard benutzen. Meldet euch mit meinem Link an. Da könnt ihr auch noch einmal einen richtig schönen Bonus bekommen. Und dann könnt ihr auf diesen Link hier klicken, um im Wesentlichen den gleichen Bot zu benutzen. Aber wichtig, schaut euch erst mal ein Trading-Tutorial an, wo ich wirklich ganz genau erkläre, wie das Ganze funktioniert. Jetzt kommen wir noch einmal zu ein paar On-Chain-Daten. So, und zwar haben wir hier den Short-Derm-Holder MVRV. Und was man hier sehen kann, ist, normalerweise die kurzfristigen Halter, das sind die, die in den letzten sechs Monaten Bitcoin akkumuliert haben, die befinden sich momentan in einem Verlust. Und dieses Level ist das gleiche Level wie damals, was wir im FTX-Crash gesehen haben. Da sind wir etwas niedriger gegangen. Aber von diesem Punkt an haben wir einen lokalen Boden gefunden und sind ziemlich stark nach oben gegangen. Das war wirklich der absolute Boden des Bärenmarktes. Könnten wir etwas Ähnliches sehen, dass wir ein großes Trend-Reverses lehnen und dann nach oben gehen? Lasst mich das gerne mal im Kommentarbereich wissen. Und es gibt viele, viele Gründe, warum man bullish auf Bitcoin sein sollte. Morgan Stanley hat erst vor kurzem seinen Vermögensberatern erlaubt, ihren Kunden Bitcoin-ETFs zu empfehlen. Das bedeutet, weitere Influß kommen. Der Großteil der Liquidierung von In-Kind-Payments von Mongox und Genesis, die liegen wahrscheinlich hinter uns. Also wir werden kein Mongox-Drama mehr haben, kein Genesis-Drama mehr. Die Barzahlung aus der FTX-Pleite gegen Ende des Jahres könnte definitiv die Nachfrage auf den Kryptomarkt ankurbeln. Die Leute, die auf FTX Geld verloren haben, die werden nämlich Stablecoins oder Fiat bekommen, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber die bekommen keinen Krypto-In-Kind sozusagen, also kein Bitcoin, kein Ethereum. Was die bekommen, sind Stablecoins oder Fiat. Und einiges davon wird höchstwahrscheinlich wieder in den Kryptomarkt fließen. Und außerdem, beide Parteien in den US-Wahlen scheinen auf günstigere Kryptoregulierung hinzuarbeiten. Meiner Meinung nach laufen die Dinge also ziemlich gut. Wir haben die 12,7 Milliarden Dollar, die, lass mich mal kurz schauen, ob die in Stablecoins bekommen werden, steht hier jetzt nicht. Ich bin mir, um ehrlich zu sein, nicht ganz sicher. Ich weiß allerdings 100%, dass es nicht Bitcoin, nicht Ethereum sein wird, Fiat oder Stablecoins. Also einiges dieser Sachen wird mit Sicherheit zurück in die Kryptomärkte fließen. Schöne Sachen, auf die man sich freuen kann. Bitcoin sieht echt gut aus. Seid vorsichtig mit eurem Risiko. Die Trading-Strategien laufen gut und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.